Es war auch ein guter Test der Ausrüstung. Wir werden daran arbeiten, sie weniger empfindlich zu machen. Unsere jungen Forscher sind immer noch ein wenig zu sanft. Sie lacht. Wohin arbeitest du? Gut, dass du fragst, Amico. Sehr gut. Wir sind sehr aufgeregt wegen unserer Arbeiten hier und wir sind auf der Suche nach freiwilligen. Wir haben eine ganze Reihe interessanter Eigenschaftenkategorien visiert, die nun leuchtender Adra aufweist. Es sind allerdings ein paar ganz spezielle Qualitäten, die wir untersuchen. Es sind Qualitäten, zu deren Erkundung ein Wächter auf geradezu einzigartige Weise geeignet ist. Du bist genau das, was uns gefehlt hat. Ist es gefährlich? Nein, nein. Nun ja. Nun gut, ja. Das wäre denn nicht gefährlich, aber es ist nicht außergewöhnlich gefährlich. So gut. Auf gestandene gepläuchtende Adra eine ganz besondere Wirkung aus. Selbst im Bescheidensten unter ihnen bietet sie kleine Verbesserungen. Verjüngung, Vitalität, das ist genau die Art von Dingen, die zu Hause für teures Geld verkauft werden, richtig? Aber was ist mit denen, die ihre eigene Essenz bereits genutzt haben? Denke doch zum Beispiel nur einmal an den talentierten Taschendieb, der es gelingt, einen Raum zu durchqueren, indem er vorübergehend an einen anderen Ort schlüpft. Die Zwischenwelt. Luminous Adra holds enormous quantities of essence. The kind of energy we can't replicate or restore. And these formations have a kind of connection to each other across the in between. I believe we can harness this connection and your natural abilities to transport a person across great distances in a moment. Ich glaube, wir können diese Verbindung nutzen, ebenso wie deine natürlichen Fähigkeiten, um einen Menschen in einen einzigen Augenblick über große Entfernung zu transportieren. Wenn du sagst, du hast die Auswirkungen auf gestandene Erforschläge, dann Freiwillige, gut bezahlte Freiwillige. Florent schmunzelt. Zum Beispiel, um, sagen wir mal, durch die Stadt zu reisen. Das ist die sehr Liste, Amico. Wir haben nur kurze Erforschläge durchgeführt. Ich hoffe, dass deine eigenen Giften die Unterschiede machen. Das ist doch noch das Wenigste dabei, Amico. Bis hier haben wir immer nur kurze Sprünge geschafft. Ich hoffe aber, dass deine eigene Fähigkeiten einen großen Unterschied bedeuten werden. Wir haben eine Reihe von sehr hilfreichen Schriften gesammelt, um unsere Maschinen und unsere Maschinen sind bereit, die Essenz des Adrats zu nutzen. Für den Augenblick sind wir jedoch effektiv blind, weil es darum geht, die nächste Säule anzusteuern. Wenn allerdings jemand in der Lage wäre, diese Essenz des Zwischenreichs zu spüren, sie wäre ich sogar zu manipulieren. Jemand wäre ein Wächter zum Beispiel. Du willst meine Verbindung zum Adrat nutzen? Ich könnte mich auf eine spezielle Säule konzentrieren. Auf gar keinen Fall. Ihr werdet mich nirgendwo hintransportieren. Nehmen wir mal die zwei. Genau richtig. Bisher hatten wir mit kürzeren Sprüngen Glück, aber die hatten ebenso viel mit Zauberformen zu tun wie mit Wissenschaft. Die Idee ist, um dich zu fokussieren auf den nächsten Konnexionpunkt. Die Maschine wird diesen neuen Link zwischen den Adra-Adern zu kreieren, um eine Tether zu kreieren und die Energie für dich, um effektiv zu spüren. Du sollst dich einfach auf den nächsten Verbindungspunkt konzentrieren. Die Maschine wird dir diese neue Verbindung zwischen den Adra-Adern nutzen, um eine Halteseite zu erschaffen. Außerdem wird sie die Energie produzieren, die du brauchst, um gewissermaßen effektiv zu springen. Was wirklich aufregend ist, so lange du diese Verbindung offen hältst, können deine Begleiter den Sprung mit dir gemeinsam wagen. Wie viele Gräber und Gewölben befinden sich wohl Adra-Säulen? Mit einem einzelnen Finger tippt Seraphil sie ans bärtige Kinn. Die nächste Säule ist direkt Estly von hier in der Mitte einer Farm. Sie ist nicht so hoch wie diese, aber du sollst keine Probleme damit haben, sie zu finden. Und mach dir keine Gedanken, wir haben die Farmer bezahlt. Und was ist, wenn es schief geht? Da war dieser Kerl, der irgendwie zu weit über die Karte gesprungen ist. Ja, damit auf unsere Assistenzen Angst einzuflößen. Ich muss zuerst noch etwas verledigen. Wir bereiten alles für dich vor. Okay. Dann mach ich hier nochmal einen Quick-Safe erstmal. Und klick mal die Adra-Säule an. Diese leuchtende Adra soll in der Lage sein, meine Sehnen aufzunehmen, Wächter. Was meinst du? Lass es uns versuchen. Eine glitzernde Säule leuchtenden Adras türmt sich vor euch auf. Xothi stapferst zur Vorsicht auf ihren Fuß zu. Ein breites Grinsen im Gesicht. Du bist bereit, die Füße der Lebenszeit, Watcher. Ich werde Gott's gute Arbeit machen. Mach dich bereit, eine absolut einmalige Tat zu bestaunen, Wächter. Ich werde nun die gute Arbeit der Götter tun und ganz alleine eine Vielzahl von Seen direkt die Tiefen von Hell leiten. Sie reibt sich die Hände, schlägt gegen ihre Hüfte und greift eifrig nach ihrer Laterne. Bereit, sie zuckt mit ihren Schultern und streckt ihren Nacken vor. Ihre Haltung wird etwas breiter. Ich bin bereit, mich beeindrucken zu lassen. Dann halte die Augen offen, denn es passiert. Sie schnippt mit den Fingern. So schnell wie ein Feuerkiefer blitzt. Das Adras schnappt sie sich, sobald ich das Licht herbeirufe. Also, jetzt nicht wegsehen. Als ich die letzten Worte aufpresse, sie die Handflichte auf die kalte Oberfläche des Wehen ähnlichen Wuchses. Ihren Finger zittern und das Licht ihrer Laterne erstrahlt brillant und hell wie ein Feuerwerk. Elektrizität. Nein, stark aufgeladene Seelenenergie peitscht durch die Luft und rein Sotis haust auf. Sie läuft durch, tausende sich verzwagende Wehen und Kapilar und lässt Soti vom Gesicht bis zum Hals zu den Arm und darunter Bruten. Ihr Schrei ist jetzt wie ein zweiter Teuerschlag am Himmel. Sie verbrecht die Verbindung. Du greifst das Sotis schulter, um sie von den Adras wegzuziehen. Aber als du sie berührst, durchfährt sie ein Energieblüß und steuert sie mehrere Meter weg. Du prallst bekam der Rüstung, verbogenen Glieder und Schmerzen auf. Sotis zittert und schreit lauter. Lass die Sehnsucht was frei. Ich schwöre bei den Göttern, ich versuche es. Die Pressi mordet zwischen uns zusammengebissene Zähnen hervor. Ihr Körperzug und verkrampft sich, doch sie lässt den Adra nicht los, der ihre Handfläche verbrennt. Die Laterne zittert so heftig, dass sie beinahe zerspringt, doch dann entströmt ihr eine gewaltige Welle pro Polenersenz. Sie wirbelt rund um den Adra und an ihm emporen Krach gegen die glitzernde Oberfläche, bevor sie schließlich ins Innere eingesaugt wird. Der Adra pulsiert heller, dann dunkler und dann noch heller Blendentail. Ein Heulen, dann zersplittert der Adra und ein gezackter Splitter fällt auf den Boden. Ihr scheint es gut genug zu geben, dass sie noch fluchen kann. Sohn einer gottverdammten mutterlosen Töle. Das hat mehr wehgetan als eine Tracht Prügel aus mit Onkel Ankerbalds Kampfstab. Hell, und ich muss das jetzt immer und immer wieder tun, bis ich sterbe? Wäre es so einfach einem Gott zu dienen, würde es jeder tun. Du musst es nicht tun, was du nicht willst. Ich wollte nie den einfachen Weg gehen. Dann werde ich weiter sehen, ernten meine Flüchterfilme, bis ich zu Knochen und Staub zerfalle. Aber keine Sorge, in Zukunft werde ich mich selber um meine Laterne kümmern. Danke, dass du mir geholfen hast, einen Weg zu finden, mit meiner Last umzugehen, auch wenn dafür hin und wieder ein stechender Schmerz nötig ist. Mit bebender Brust kam Bexoria zu dem Boden, und zu dem Boden steckt ein Adra-Splitter. Der Kristall ist glitschig mit Blut von ihrer Handfläche. Sie steckt in die Tasche, dann schüttelt sie den Kopf. Lass deinen Gegenstand enthalten. Ein leuchtender Adra-Glühstrumpf. Der Gegenstand wurde in den Lager herbreitgelegt. Verdammt noch eins, ich fühle mich so leicht, als könnte ich davon schweben. Sotie wirft ihr und dumm der Laterne einen seltsamen Blick zu und wendet sich dann mit einem kleinen Lächeln zu dir. Geht das jetzt besser? Meine Knochen sind noch immer ein wenig zittrig, aber ja, ich meine, ich bin es. Ich weiß nicht, ob das, was mir für mich geplant hat, aber ich würde gerne denken, dass wir mit diesen Säulen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es das ist, was Gorn für mich geplant hat, aber ich möchte denken, dass ich das Richtige für die Säulen getan habe. Wir bringen Licht in die Ruckelheit, stellen sicher, dass Frühling auf den kommenden Herbst folgt. Sie wischt ihre Hände an den Hüften ab, bevor sie den entschlossenen Schritt losgeht. Haben wir ihre Quest jetzt abgeschlossen? Ja, die Laterne des Gorn. Im Vertrauen darauf, dass die Götter sich um die Wiedergeburt der von ihr geanteten Seelen kümmern würden, führte Xodity diese in eine leuchtende Zadrasäule. Das heißt, wir sind mit der Quest durch. Wir haben auch was dafür erhalten. Oh, das ist Stahl. Ah, ist es bei Xodium-Inventar? Bei wem ist es jetzt gelandet, der Glühstrumpf? Ah, da. Dieser kleine Spieler leuchtet ein aderes Gerült mit Seelenenergie. Er wurde offensichtlich aus seinem größten Stück herausgebrochen, aber es sieht aus, als wäre er für einen bestimmten Zweck gefertigt worden. Vielleicht könnte er zur Verbesserung von Xodis Laterne eingesetzt werden. Ja? Oh, lass, ich bin der Original Psychik-Paratical. Nicht so, dass ich selbst gehört habe, Malnage. Sie ist ein Pfeifer wie du, nicht sie? Nur, äh, äh. Ich hatte zu drede auf meinen kräftigen Rival. Du solltest wissen, dass sie ihre Arsehole-Inche ist, wenn sie zu sein. Was ein Schmerz-Inventar. Ich sage mir, dass du nicht diejenige, die es auf sie verletzt hat. Darn, ich hoffe, das nicht machte ihr es. Hell, oder das. Jetzt mache ich es nur noch schlimmer. Ich habe es zu verletzt, bevor ich zu mehr Schmerzen. Ich mag deinen Stil, Kind. Das ist aber ein gemeiner Fluch. Sag mir bitte, dass du nicht der warst, der sie damit belegt hat. Verdammt, ich hoffe, das brachte ihr keinen Juckreiz. Ach zur Hölle, oder das? Jetzt mache ich die Sache nur noch schlimmer. Ich sollte besser den Rand halten, bevor ich noch mehr Schaden anrichte. Mir gefällt ein Stil, Kleiner. Oder Kleine. Die lassen wir mal kurz in Ruhe. Ich will jetzt erst einmal den Bera-Tempel noch besuchen. Auch wenn ich schon wieder am Ende meiner Aufnahmezeit bin. Ne, wir gehen jetzt, glaube ich, hier aus dem Bersela-Teil raus. Und dann mache ich meinen Cut, sonst wird die Aufnahme-Session mal wieder zu lang. Weil ich will erst den Bera-Tempel besuchen. Und dann kann ich mich von mir aus ja auf die Farm zippen lassen. Ich wollte eh mal das Umland erkunden. So. Na komm, wir gehen wenigstens noch in den Bera-Tempel rein. Die Minute habe ich noch. Ja, der Tempel von Bera-Tempel, hier liegen die Toten. Oh, der Knochenkopf sieht aber interessant aus. Gut, hier werde ich aber erst mal speichern. Das ist jetzt schon der P9014. Also 014. So. Und dann machen wir erst mal einen kleinen Cut. Also, bis gleich.